Jede Gasthäuser gehören den 50 besten Landgasthäuser in Hessen. Ich hatte heute die große Freude, hier in Dillenburg die 50 besten Landgasthäuser von Hessen auszuzeichnen. Und Landgasthäuser, Dorfgasthäuser sind natürlich für ein Land ganz wichtig, weil es Treffpunkte sind, weil es Kulturorte sind, weil es Begegnungsorte sind. Und deswegen machen wir diese Auszeichnung gemeinsam mit dem DEHOGA, um ein Schlaglicht auf die Gashäuser und auf die Leistung der Gastwirte zu legen.